herzlich willkommen zurück zu fallout jawohl ich habe mir jetzt mal nachgelesen und zwar skills wie erste hilfe bla 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 und was weiß ich reicht wenn man es auf 100 oder 99 macht waffenskills sollte man über 100 skillen weil du dann in vats und co mehr triffst so und dann packt man auch mal hier 12 12 mit der erste hilfe noch bei der oben kann ich hier runter gehen reden 60 kommt noch mal reden noch mal einmal ob wir das irgendwann mal brauchen keine ahnung okay so aber benutzen wir doch gleich mal erste hilfe bei uns ein punkt hey okay guck mal doch mal körper ja guck an augen augen fünf treffer zum großen rattenfingern himmel berufen groß ist tot okay keine rote augen stand ich an rattenaugen okay hier ist es nicht so gucken wir mal weiter wir werden ein richtig starker nahkämpfer wir hätten zehn ap punkte geben sollen wo kommen wir denn hier hin na komm okay hier geht es einfach nur mal nach oben dann müssen wir da drüben hier geht es runter das heißt hier rein hier drüben die gute tun uns ja nichts aus gründen aus gründen wo komme ich denn da vorne dann wieder raus aus du siehst larry komm ich denn da rein hier vorne muss ich an larry vorbei wenn du büß stürst schlage ich dich okay du nicht sehen aus wie gut warum das liegt daran dass ich heute echt schnicker angezogen bin du nix cool ich wusste ich wusste ich hab ich nix verkohlen äh stimmt und jetzt wo du du nix cool vorschriften sagen nicht cool nicht hier sein okay und wer gibt deine befehle aber ich bin kein normaler aber ich bin kein normaler harry durcheinander du nix cool du nix normal ach das sind super mutanten was super mutanten wirst du hart harry dich nix kennen dich nix mögen okay hins kämpft gegen die super mutanten augen er wurde getroffen augen verdreht deine knochen werden verdreht okay okay gut mit harry sollten wir uns nicht anlegen weißt du was was gehen jetzt hier alle Punkte da rein okay okay cool ja hier sind normale guhle und super mutanten sollen wir noch mal ich probiere es mal hier rein zu kommen hier ist halt wasserpumpte funktioniert nicht ja hier muss ich irgendwie runter terry okay weißt du was wir speichern hier noch mal und geh noch mal rein hey du nix sehen aus wie gut genau du nix cool du nix cool du bald herausfinden oh was habe ich jetzt gedrückt oh das ist sehr gut weißt du ich hatte zweifel als meine offiziere meinten sie hätten einen super normalen gefangen es ist so schön dich zu sehen super normalen okay was wollte mir bevor du zu uns gehörst natürlich ich kann doch nicht einen super normalen haben und ihn nicht zu einem der auserwählten machen oder nachdem du mir gesagt hast wo deine vote ist nur unter einer bedingung bedingung wie reizend komm amüsier mich mit deiner bedingung zuerst muss ich dich was fragen liebes menschlein wozu braucht ihr mich hast du noch immer nicht begriffen du bist ein super normaler bald bist du einer von uns das werden wir sehen oder wo ist geht's jetzt besser da folter ein so brutaler noch seltsam befriedende und wirksame technik ist frage ich dich jetzt ganz nett wo ist die ich verrate nichts ich habe gehofft du würdest wie war das hast du jetzt lust zu reden da träumst du von 19 ok jetzt jetzt geht's mir besser und dir nun sei ein gutes menschlein und sag mir wo deine vote ist es wird langsam langweilig na komm einmal noch er schlägt mich wirklich nochmal schade tot nee oh das ist sehr gut weißt du ich hatte zweifel als meine offiziere meinten sie na bevor du zu oh es geht wieder vor vor ich kann ich kann doch nicht einen super bedingung wie reiz aber mein lieber mensch das ist der große schöpfer hier schaffen wir die meisterrasse und sichern die einheit es ist so herrlich glaub mir die einheit ist unser ziel es ist ganz einfach wirklich sicherlich spürst selbst du den stetigen niedergang der zivilisation der super mutant ist die nächste stufe der menschlichen entwicklung zum wohl der welt werden wir alle würdigen verwandeln einfach wirksam ruhmreich ok dein gehirn ist zu unterentwickelt um das zu verstehen deshalb reicht uns vorerst ein einfaches ja bald wird jeder verwandelt sein und es wird frieden herrschen es wird keinen krieg geben kein krieg keine krankheit alle super mutanten dienen der einheit wir sind das licht der welt und inwiefern warum das ist sehr gut na bevor du zu bedingungen wir reizen aber sich ok das werden wir ja ein treffer punkt ich jetzt sehr gut ich glaube du verstehst bist du dir sicher dass du es mir sagen willst folter macht doch so viel spaß ja ganz sicher ok was passiert jetzt was habe ich was habe ich jetzt schon wieder gemacht ich was 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 ich was Okay. Okay. Gut. Wir gehen da wieder. Wir sind zum Supermutanten geworden und haben unsere Volt zerstört. Hier muss ich, glaube ich, rein. Ach so. Ja. Reden wir nochmal mit Terry, Harry. Hey, du nicht sehen aus wie cool. Ich bin kein cool. Ich wusste, ich war du nicht cool. Vorschriften sagen, nicht. Oh, ho, 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 ho. Du Ball. Wie bin ich da vorhin hingekommen? Ja, ich brauche schon gar nicht mehr weitermachen. Children of the Cathedral. Okay. Tell alle Wasserstelle. Kann ich mich an dem irgendwie... Oh, warte mal, ich kann doch... Vollaut Schnellhilfe. Ach, guck mal, ich habe eine Ahnung. Eins schleichen. Hey, du nicht sehen aus wie cool. Okay. Dann du... Ja, lol. Pffft. 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 Die Wasserpumpe funktioniert nicht. Ja, das weiß ich. Ein großer Tank und Flüssigkeit. Okay. 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 Hat es mir jetzt irgendwas gebracht, dass ich da reinkomme? Nicht wirklich, oder? Ja, aber wie komme ich denn dann da runter? Das ist doch hier drin. Ich muss da irgendwo was finden. Ich muss da irgendwo was finden. Tschüss. 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 Tschüss.